Was ist das denn? Skib in die Toilette? Was ist das denn? Der hat Hi geschrieben. Was ist denn ein Skib in die Toilette? Was bist du? Hä? Ich esse dich, wenn du nicht artig bist? Was soll das denn jetzt? Was soll das? Wieso schreibt der das die oder Obst das? Weißt du nicht, wer ich bin? Nein. Wer bist du? Hä? Ich klaue kleine freche Kinder? Hä? Was erzählt ihr denn da? Was schreibst du da? Du erzählst nur Müll. Was soll das denn? Was? Hast du zuletzt etwas von Finn gehört? Was ist denn mit... Was ist denn mit Finn? Nein, der war die letzten zwei Tage nicht in der Schule. Nein, der war die letzten zwei Tage nicht in Schule. Wieso? Warum weiß er das? Weißt du auch warum? Hä? Nein. Der ist doch krank oder nicht? Der ist krank. Glaube ich. Wieso? Was soll denn mit dem Finn sein? Finn ist mein bester Freund. Dem geht's gut. Finn hat sich nicht daran gehalten, was ich ihm gesagt habe und er wurde bestraft. Was soll das denn jetzt? Wieso das denn? Wieso bestraft? Max? Finn war auch so frech. Und dann habe ich ihn genommen und er kann nicht mehr gerettet werden. Was? Fast nicht gerettet werden. Was soll das denn jetzt heißen? Hä? Was? Was heißt das? Wo ist er? Ja. Max? Ich gebe dir eine Aufgabe, in der du, in der lernst du mich, in der lernst du auch kennen, wer ich bin. Wenn du es schaffst, diese Aufgabe zu erfüllen, passiert dir nichts. Aber sonst, Punkt, Punkt, Punkt. Der ist doch bestimmt, das ist doch bestimmt wieder der, der Lomm oder so. Was für eine Aufgabe. Und warum sollte ich das nicht schaffen? Ich schaffe alles, weil ich bin Max. Ja. Du musst fünf Minuten Videos von mir auf YouTube schauen, ohne Angst zu haben oder zu weinen. Ansonsten wird es dir ergehen. Was sind das denn für Videos? Ich darf keine bösen Sachen gucken. Was für Videos? Böse Sachen sind verboten. Was will der denn? Hände es heraus. Hä? Was passiert hier? Was? Wo bin ich denn jetzt? Hm? Da ist eine, dein Kopf in der Toilette. Warum sieht er so komisch aus? Hm? WasMac? Was macht der denn für位置? Äh? das ist eine riesige toilette was ist denn jetzt was eine riesige toilette mit einer kanone was passiert denn da ich verstehe das alles nicht toilette ist weg was passiert denn jetzt ein riesiger mikrofonkopf was hat eine riesige toilette in der luft was soll das denn das ist so gruselig die toilette ist so eklig ja weg ja oh nein weg da nein oh nein wie lange muss ich noch gucken was passiert da wieso sind da so komische köpfe aus toiletten nein der ist mit laser aus nein alter eine riesige spinne das ist der der mir gerade geschrieben hat in bolstein alter das ist das also was passiert jetzt alter wird это es gibt es gibt es gibt es was passiert da jetzt oh nein was passiert jetzt so komische leute die riesige toilette die so groß ist wie ein haus ich bin wieder hier der bist du also wieder ich bin wieder ein bolsters ja das war total gruselig maxi schicke dich an einen weiteren ort dort werden wir uns treffen du musst das mit der kamera festhalten für die zuschauer der treffpunkt ist bei dir im wald aber ist schon dunkel draußen ich muss gleich schlafen muss alleine kommen wenn du mich hörst darfst du nicht weg gucken oder die augen schließen sonst kannst du nicht wieder zurück nach hause so wie finden ab jetzt geschrieben aber zu welchem wald muss ich denn ich habe total angst es ist schon gleich null uhr ich hole dich 3 2 1 festhalten hallo wo bin ich hier es ist total dunkel alter ich warte mal ich muss euch mal zeigen wo ich bin alter hier ist gar nichts ich bin an so eine waldstraße alter seht ihr das hier hier ist gar nichts hier ist total fällt zum glück habe ich so eine taschenlampe alter seht ihr das hier ist voll weit rein in den wald rein ist das hier ist doch irgendwas hätte das auch nein ist das hier die toilette was ich höre doch irgendwas hätte das auch und nein Hallo, ist hier jemand, das geht da total bald in den Wald rein, seht ihr das? Hallo, jetzt höre ich die Toilette nicht mehr. Hallo? Wo ist die Toilette, das hört immer lauter. Nein, geh weg. Warte, jetzt ist sie vor mir, hinter mir, hinter mir und vor mir und überall. Oh, oh, nein, sie kommt immer mir.